Herzlich Willkommen bei S21-BAU-TV. Gestern haben wir noch links die Fundamente begutachtet und heute wird rechts betoniert. Also da ist bald das komplette Fundament fertig und die Container können drauf. Und wir laufen auf dem Kurt-Georg-Kiesinger-Platz noch ein bisschen weiter. Hier wurde heute Schotter eingebracht. Musik Und ich habe auf der Webcam gerade noch gesehen, bevor ich los bin, das im Bauabschnitt 9. Eine Betonpumpe steht oder stand. Es sah ein bisschen aus, als wird sie gerade zusammengefaltet. Und das stimmt, die ist schon wieder zusammengeklappt. Das da unten sieht sehr frisch aus. Kann sein, dass der Abschnitt betoniert wurde. Das stimmt. 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 Das ist. Diese Art. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Danke fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Ciao.